Moin, Servus, Grüezi und Hallo allerseits. Herzlich Willkommen zurück. Wir sind wieder da, der ganze Umzugstress ist endlich vorbei und wir sind da mit einer TTB von Gewalten der Zeit. Ist schon jetzt eine Weile draußen, aber ist egal. Es war eine gewaltige Zeit. Es war eine gewaltige Zeit während der Zeit. Also es kommt, ich packe da mal raus, ich erzähle so ein bisschen, was demnächst kommt. Es kommt jetzt Gewalten der Zeit, TTB Opening, haben wir noch einen Garados Box Battle, was noch kommt von der alten Wohnung noch. Und, ich glaube chronologisch richtig, kommen wir dann noch die Hefel-Menü, Blister-Kollektion und Maskagato. Aus der alten Wohnung noch, dann kommen neue Sachen. Dann kommen wieder Daily Booster Openings im Sommer, dann geht es weiter. Ich werde euch auch die restlichen Booster, die ihr noch schuldig seid, wenn ich euch natürlich noch nachpresse, dann mit zwei Openings pro Tag. Und ja, Streams gehen los, Verbindung ist gut, Connection läuft, stabil. Pokerog, absolutes Lieblingsspiel aktuell. Kamel 7 Pro Pro kommt, Naslok ist in der nächsten Station für Sommer. Also es ist viel geplant. Normale Streams kommen mit Mario, Zelda, mit Ghost of Tsushima endlich mal weiter durchspielen. Es ist zu viel. Er redet. Wir haben hier voll die geilen Kartentrenner und die geilen Schleaves von Windewoge. Wir lieben es. Marken die auch, wie er keiner braucht. Ich hoffe, es hat keiner Bock drauf, weil ist nichts Neues. So. Ich nehme vor allen Dingen so auf, dass das, was heute kommt, also heute zum Tag, kommt das Video auch heute noch. Also ich lasse mich kurz noch hin und schneide das. Also es sind neun Booster. Kennen wir ja schon. Scarlet and Violet. Möchten sie das Glückspack ziehen. Windewoge, passend zu dieser Box. Wunderschön. Und wir gehen mit Windewoge rein. Ja Leute, es ist halt viel passiert, ne. Ich bin gespannt. Das ist jetzt wieder so. Der Kick. Der Kick, dass man was Gutes sieht. Hoffe ich. Irgendwie. Oder so. Kein Plan. Wir gehen rein mit deiner Mama. Nein. Mit Knilz. Knilz. Schlurp. Schneckmark. Monozyto. Infernopod. Dicke Freunde Knursp. Eisenrad. Bronzong als Rose. Meryl als Rose. Jawoll. First Pack lag, meine Lieben. Wir lieben es. Wir lieben es. Na guck mal. Ha. Geil. Direkt der Kick ist wieder schon wieder da. Ups. Wir gehen weiter. Ja, überleg mal Leute, ne. Umzüge sind teuer. Umzüge sind scheiße. Das ist alles nichts Neues. Und das ist halt einfach hier echt der krasseste, geilste Scheiß jetzt hier endlich die Kacke aufzumachen. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich auf die Kacke hier gewartet habe. Drei Tage. Dass die Scheiß-TTB hier ist. Ja, okay. Aber trotzdem. Wir gehen weiter rein mit Wuffels. Flamiau. Knilz. Schlurp. Schon wieder Eisenrad. Hä? Dicke Freunde Knurs. Wolfrock. Nebulak als Reverse. Als Reverse. Ach. Und Mereidon als Holo. Läuft. Es läuft. Es läuft. Ich gebe dir mal noch mal an. Machen sie das. Ich weiß halt echt nicht. Ich weiß gerade nicht, was du sagen sollst, weil du so überwältigt bist, weil du Bock hast, was sie machen. Ist halt wirklich so. Ne, aber, ne, wie man sagt ja gerade schon, es wird neuer geiler Scheiß kommen. Es werden Streams kommen. Es werden Openings kommen. Es werden Battles kommen. Man wird sich auch mal sehen. Man wird mich sehen. Schande über mein Haupt. Es geht weiter mit Akku. Schneckmark. Monozyto. Naja, aber das ist halt so. Wir haben viel geplant. Wir haben Bock. Wir haben viel geplant. Das ist alles schon hinter den Kulissen abgelaufen. Relook. Apollo als Reverse. Ja. Miraiidon EX. Warum kriege ich jetzt noch die Zukunftsform? Ich habe die Vergangenheitsscheiße gehabt. Leute. Ja, aber wie gesagt. Wir haben viel geplant. Es wird jetzt vieles umgesetzt. Dadurch, dass jetzt eigentlich alles verkabelt ist. Das Arbeitstimmer steht zwar noch nicht komplett, aber das wird sich auch in den nächsten Wochen noch regeln. Ich werde auch das Arbeitszimmer erst komplett sehen, wenn es fattig ist. Ja. Vorher gibt es einfach Videos und Streams ohne Facecam, wo gut ist. Ja, das hilft nicht. Sonst seid gespannt, was da noch kommt. Wir sind motiviert. Wir sind sehr motiviert. Auf jeden Fall. Es ist krass. Und wir gehen wieder rein mit Samurzel. Der Eichel. Hallo. Ich mag Eicheln. Kanimani. Ich mag es auch Eicheln. Sesokits. Düsselgur. Eisenhals. Moruda. Elevoltik. Frostelka. Ich sage immer Frostelka. Frostelka als Reverse. Ryoba als Reverse. Und Relikant als Solo. Ich hasse sie so sehr. Wen Relikant oder mich? Relikant. Weil du sie gesagt hast. Warum soll ich dich hassen? Wir haben noch vier Packs. Fünf Packs. Vier Packs vor dem Glückspack. Was der liebe Beam und uns hier rausgesucht hat. Wer ist dringend kein Glück, Leute? Wer ist dringend kein Glück? Ich weiß nicht. Was ist alles wieder so? Ich freue mich schon auf das Problem machen. Ich freue mich aufs Videoschneiden, Leute. Ich freue mich schon auf das. Tyrokrok. Tyrokrok. Schlurplek. Methang. Waggon. Oh. Energiekapsel aus der Vergangenheit. Megalon. Galoppa. Tortunato als Reverse. Brüllschweif als Reverse. Und Makago als normale Holo. Als normale Holo, Leute. Das Eisenhaupt, ne? Ja. Ihr könnt ja gerne mal sagen in den Kommentaren, was euer Lieblingsparadox Pokémon ist. Seid ihr lieber Scarlet oder seid ihr Violet? Oder seid ihr beides? Gibt ja Leute, die beides machen. Also ich bin Team Scarlet und ist ganz einfach. Ich mag diese Urzeit-Poké. Wir gehen rein mit Jack Reign. Ja, ist halt wirklich so. Normiefie, Brunzel, Mithodos, Belektro, Pampros, Einführung, Führung des Entdeckers, Blanners als Reverse. Ja! Ja, ja, ja. Ach guck mal, wie süß. Das lieben wir doch. Ach, die ist richtig schön. Zwar nicht meine Chase-Karte, aber sie ist schön. Aber ich will nichts sagen. Was war denn die letzte Krotte? Du hast einfach deine Hunde weggehauen. Oh, sorry. Das war relikant. Hatten wir schon. Ne, gar nicht. Doch, hatten wir schon. Ja doch, relikant habe ich einfach weggepackt. Ja, okay. Ja, einfach so. Einfach weggehauen. Ja, weil man freut sich halt über das da. Du bist aufgeregt. Ja, ein bisschen doch. Ich bin ein bisschen eingerostet. Ich bin schüchtern, okay? Tut mir leid. Ey, wenn das so klar wird, wenn wir uns das vorstellen, ne? Dann wirst du bei den nächsten Openings nicht mehr richtig schon sein, weil das wird dann Massenproduktion. Ja, das stimmt. Ey, wir haben so viel geplant. Echt wirklich. Elektek, Girafarik, Veherba, Roselia, Golgantis, Shaman, Cyphermanians, Dekodierung, Azomere als Reverse, Megalon als Reverse und Eisenkrieger als Holo. Ach ja. Ey, Leute. Ey, da waren jetzt echt viele Windewoge-Packs drin, ne? Ja. So, das ist das vorletzte Pack. Das letzte Pack vor dem Glückspack. Also ich muss sagen, ich bin überrascht. Bei meiner letzten TTB war da nicht so viel drin. Soll ich vielleicht immer da bestellen. Ja. Wenn wir bestellt haben. Ja. Metang, Waggon, Take a Rain, Normie Fee, Energiekapsel aus der Vergangenheit, Eisenrad, Der Dicke-Freunde-Knursp, Roselia als Reverse und Scarabax als Reverse. Scarabax. Und? Ach, trauen wir sich hier als Holo. Du musst es auch nicht schnell machen. Du kannst Zeit lassen. Du packst dir nur instant weg. Ja, aber wisst ihr, jetzt sagt er so, ja, du kannst dir Zeit lassen. Und letztes Mal hieß es, mach mal ein bisschen schneller, der Akku der Kamera. Ja, aber wir haben voll den Akku drin. Du kannst dir Zeit lassen. Weiß ich das? Nö. Natürlich. Nee. Er hat doch noch extra gewechselt. Ja, gewechselt heißt nicht, dass er voll ist. Du bist das Glückspack jetzt, ne? Ja, das ist das Glückspack. Auch das ist Glückspack. Das haben die Leute gesehen. Das lag da. Ja. Akku. Schneckmark. Monozyto. Ja, Leute, nein, wir machen weiter, ne? Neko, Scarabax, Forstelka, Vollmetall-Labor, Snomnom, auch sehr süß. Meltan als Reverse und Koraydon als Holo in unserem Glückspack. Das war jetzt nicht so viel Lack, aber... Ey, trotzdem, also die... Nee, im Glückspack meine ich. Die Eisenblatt finde ich schon cool. Ja, das sind unsere Hits. Zu viel Licht. Na, auf jeden Fall eine Mireille und EX. Eisenblatt EX als Fulllord. Ist doch die Fulllord, ne? Ja. Und Akub, auch wenn ich mit Akub nichts anfangen kann, aber es ist schon ziemlich süß. Akub ist Aluda. Ja. Kein Wunder. Hast du nicht groß gespielt? Oh, da kannst du mal nachholen. Nein, nein, nein. Doch, 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 doch. Doch, wir spielen Aluda zusammen. Doch, 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 doch. Ja, zusammen spielen, ihr hört's. Und es wird Sachen geben, die gab's noch nicht. Eiche Gymnasium. Echt krass. Ja, ist so. Okay, ich wollte es sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video, wie du willst auskommst. Jetzt hast du noch zwei, drei, vier alte Videos. Einfach, weil es nicht gepasst hat, zeitlich die zu produzieren vom Umzug. Produzieren schon und zu schneiden nicht. Ja, deswegen. Und dann geht's los mit einem neuen Content die nächsten Wochen und Monate. Ich denke mal so, wir haben heute, wenn wir das aufnehmen, den Zwölfen. Ich denke mal spätestens, in der letzten Maiwoche. Soll das richtig losgehen. Dann gehen noch die Aufnahmen los mit Timmy für die nächste Soulink. Also von daher. Grüße gehen raus. Freut euch drauf. Wir freuen uns drauf. Und ansonsten würde ich sagen, bis dahin. Hau rein. Und ciao. Tschau. Tschau. Tschau.